Lena sitzt zuhause und langweilt sich, sie geht zum Telefon. Ey Leute, kommt doch vorbei, DVD-Abend. Sieh schön. Hans ist stark drogenabhängig. Ey Junge, das kannst du nicht machen. Hans geht in die Küche. Er geht zum Kühlschrank und holt eine Flasche Wodka. Boah, ist das geil, Julia. Du kannst nicht mehr fahren, du bringst dich in Gefahr. Doch Hans fährt trotzdem. Er fuhr mit 180 kmh gegen einen Bogen. Er, das ist ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.